hey leute was geht war lauten am start wir haben den 11.2.12.09 bin seit ca. einer stunde oder so wach können noch eineinhalb stunden sein jetzt erstmal video bearbeiten lassen und ja mal schauen was heute so geht sonntags regnet draußen ein bisschen belastend aber naja so jetzt erstmal noch das ein oder andere video auf die speicherkarte ziehen damit ich noch ein paar videos bearbeiten kann heute wird wahrscheinlich nicht viel mehr gemacht außer videos bearbeiten musik gehört chillen aber keine ahnung mal schauen vielleicht gehe ich nachher noch weg oder so je nachdem wie es wetter sein wird aber jetzt erstmal noch ein paar videos bearbeiten jetzt erstmal noch ein bisschen world war 2 zocken ein paar gameplays aufnehmen noch für den gaming kanal und ja wie ihr seht wir haben double ep und so sprich erstmal noch gut ein bisschen level und ja da landen docks eine geile map jetzt noch die neueste folge tinder fails von bullshit tv schauen jetzt erstmal was essen leute wir haben 18.27 das da ist mit frühstücken und mein mittagessen so gesehen und ja und beim essen jetzt hier noch detektiv korn schauen liga ihr könnt jetzt erstmal noch ein bisschen kong school island schauen leute gespannt wie der film ist jetzt erstmal noch ein bisschen was snacken müssen was süßes und ja so jetzt noch ein bisschen bad nevers 2 schauen und ja abend ausklinken lassen naja also du wirst den ballert anstatt am 12.2. wir haben jetzt 10.51 bin seit sogar gar 50 minuten wach und jetzt gleich erstmal kaufen gehen gerade vom kaufen kommen jetzt erstmal hier bisschen frühstücken leute und dabei noch ein bisschen southpac schauen ja da liegen noch croissant die habe ich mir auch gegönnt seht ihr später wenn ich die esse was das für welche sind und ja alter ergänzt sich jetzt erstmal was essen leute eben gut gekocht dabei noch ein bisschen simsons schauen erstmal noch was essen so ein schönes croissant wenn wir sehen könnten er kommt fokus hier dankeschön da ist vanillepudding drin und schokolade da bei den film schauen i spit on your grave 2 ist hier am laufen und ja später noch zur arbeit ETA 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 Leute, wir haben 3.48 Uhr, bin eben von Naharbeit heimgekommen, ja, und ja, ihr habt noch ein bisschen Essen, AST ist am Start, Roussen am Start, und, ähm, gestern ist kein Video gekommen, weil ganz einfach die Leitung deaktiviert wurde, weil wir heute eine neue Leitung bekommen haben, und, ja, also neue Leitung ist am Start, Oh, nüach!